Hier doch ein bisschen. 90% der Bevölkerung von Toll Oaks sind mit dem Virus infiziert. Da sind umgerechnet etwa 70.000 Personen. Uns wurde außerdem gemeldet, dass sich die Organisation Neo Umbrella gerade zu dem Angriff bekannt hat. Neo Umbrella? Ich weiß, was Sie denken. Ja. Ein zweites Raccoon City. Mehr habe ich nicht für Sie. Und jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Ich brauche alle Infos über die Kathedrale. Mir sitzen die Schlipsträger im Nacken. Schlipsträger? In diesem Fall... Derek C. Simmons. Der nationale Sicherheitsberater. Festhalten. No! Ja gut, das ist blöd gelaufen. Damit willkommen zurück zu Resident Evil 6 mit dem Chingy. Moin! Schreien Sie denn nur so rum? Halt die Fresse. Die muss verstehen, die lieben das rumzuschreien. Ja, können Sie ja woanders machen. Ja, aber irgendwie wollen Sie nur hier. Ja, warte, ich muss erst mal nachwarten. Jo, die teleporten sich aber auch ganz schön. Ja, da sehe ich auch gerade. Ja, Munition 3. Jetzt kann es lustig werden. Das konnte er gar nicht sehen. Konnte er auch eigentlich gar nicht. Aber er konnte es hören. Ja, er hat kurz seinen Make-up-Spiegel rausgeholt. Und gesehen, oh shit, da kommt ein Bus. Und wo ist seine geröstete Leiche? So knusprig geröstet, die ist weg. Ah, da liegt sie. Wir müssen weiter zur Kathedrale. Leon mit dem sexy Blick, Alter. Ja, zur Kathedrale, sie will mich heiraten. Bist du? Jetzt schon. Wie sind wir immer noch am Leben? Wir schlagen uns über den Friedhof zur Kathedrale durch. Immer eine gute Idee. Erst mal nachladen. Wait, what? Oh. Oh, hier kommen wir, hier kommen Zombies raus. Ah, schnell wieder raus. Oh, der hab ich gar nicht gesehen. Ja, bei mir im Grab ist gerade einer einfach aus der Erdwand rausgekommen. Okay. Ah, das Cheater hier mit dem Wallhack. Der muss ja hin. Hier, vorhin ich mich auch gerade. Na, drobst du was? Nee. Gesundheit, geh ich mal von aus. Oh, schon wieder reingefallen. Oh, nee, shit. Ich dachte, den kann ich abwehren. Naja. Da müssen wir. Ja, sorry. Du musst wirklich nichts in der Erde. Was denn? Das sieht aus, ob die zwischendurch ihre Brustmuskulatur immer anspannt. Richtig jetzt? Ich glaube, das sind einfach nur die Sachen, die so in Wind drehen. Ja, aber das sieht man wirklich. Das sieht jetzt strange aus. Oh, Gott. Der muss natürlich darauf aber hinweisen. Oh, was hat das denn? Ja, toll. Ja, genau in dem Blitzlichtgewitter wurde ich angegriffen. Oh, fuck. Zu spät. Ich bin hier verzieht. Ich bin jetzt tot. Was? Wo? Alter. Ich... Wer will dir auch nicht helfen? Wer leert? Wer will nicht? Oh, leut. Deadback kick, man. Und was ist denn? Warum ist das so schnell? Oh, wo kommt die eigentlich alle her, ey? Das freu ich mir auch gerade. Ich suche ja irgendwie so passiv nebenbei hier dieses blaue Emblem eigentlich. Ich glaube, links. Wo denn? Na, ich suche es nicht. Achso, du suchst da ein Zombie. Naja. Au! Oh! Das ist schon geil. Ja, ist so. Der war aber schon geil, was er sagt. Das sind die auch probiert gemacht, dass sie hier so eine Smarties fressen. Viele, viele bunte Smarties. Ja, leider haben die die ganzen Smarties aussortiert. Das sind nur noch grüner. Die grünen, das ist doch blöd. Schade. Da habe ich die roten am liebsten, Mann. Zumindest haben sie aus dem vorigen Residivel ein bisschen gelernt, muss man sagen. Weil, ähm, kann man da nicht rein? Na doch. Weil, ich habe ja in Residivel 5 habe ich die ja mal öfter, die, äh, wie heißt das? Die Munition geklaut. Na. Das kannst du ja hier jetzt nicht mehr machen. Windgranate. Ich hätte eine Brandgranate. Na, meine ich doch. Oh, hier. Danke. Was? Wo? Na, das war doch Teamwork hier. Torn. 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 Der Hund macht die Robbe. Ich glaube, hier hängt noch einer, ne? Echt? Ach, keine Ahnung. Vielleicht habe ich mich da auch getäuscht. Weiß? Ich dachte gerade, da wäre noch was. Oh. Hi. Nö. Schlüssel gibt es nicht. Schlüssel sind eine Illusion. Bist du sicher? Jetzt müssen wir wieder in den Raum, wo wir gerade schon drin waren. Aha. Ja, ist er. Achso, ja. Ich habe gerade B gedrückt, aber egal. Ja, einfach weggedrückt. Das Positioning, ne? Manchmal. Ja. Tschüss. Mein Spaß. Tschüss, Köter. Er hat einen Schlüssel. Was? Ach, gleich. Was ist denn? Der Hund hat den Schlüssel. Achso. Das ist halt. Es gibt wohl Schlimmeres, als einen Hund über den Friedhof zu jagen. Na? Das könnte andersrum sein. Nee, nee. Das täuscht. Red, red. Ach, Mann, ey, du lachst schon auf dem Boden. Red, man kann die aufmachen. Wen? Die Gräber. Na, manche wahrscheinlich, ja. No, hier ist ein Herr Heildings. Ich kann das nicht aufnehmen. Warum kann ich das nicht aufsammeln? Voll. Möglich? Ich kann. Ich kann jetzt auch. Einmal kombinieren. Das finde ich halt so dumm, dass du es im Behälter ablegen musst. Dass das nicht sofort im Behälter drin ist. Hä? Ich bin ausgewichen, du Arschbomber. Ausgewichen, ausgewichen. Ich hab's schon hören. Natürlich nicht. Ja, doch. Skillpunkt. Mein Gott, bist du ein Flummi oder ein Hund? Ein Flummi, was denn sonst? Alter, dieses blöde Visier, ne? Ach so, du meinst, das denkst, ja. Trickfehler. Nur weil ich es getreten habe? Ja. Warum? Ja, macht man nicht. Erschießen ist die eine Sache, aber treten? Das geht gar nicht. Ich dachte, das wäre... Oh, shit, 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 ich hab gewissen. Wow, okay. Wenn man beide Sticks hin und her bewegt... ...dann geht das viel schneller mit dem Befreien. Okay. Wusste ich gar nicht. Ach, meine Güte, Alter. Ähm. Wunder von der, ich schlafe die nur besteigen. Äh, das habe ich nicht laut gesagt. Hast du? Nein, nein, hat keiner gehört. Hast du? Hm, was denn? Ich weiß es auch nicht. Wie hält denn der scheiß Köter eigentlich aus? Tschüss. Was? Ja, habe ich mir auch gerade so gedacht. So, Schrotflinte, jetzt wird Schrotflinte ausgepackt. Muss ich nachladen. Das ist aber ärgerlich. Alter, wo fliegen die denn auch immer hin? Wusste nicht. Bist du ja tot? Ah, da bist du ja. Ja. Oh, wieder auf Schlüssel. Haben wir. Wir sind die neue Generation an Zombies. Du hältst deine Hand, äh, seine Waffe andersrum. Äh, ich habe aber auch eine andere Schrottflinte als du. Ja, aber du hältst dir andersrum, weil du, glaube ich, über die andere Schulter guckst. Ach so, okay. Warum immer ich? Tschüss. Haua. Alles okay? Nee. Nicht? Meine Haare am Spliss jetzt. Na klar. Leute, sterbt doch direkt, wenn ich euch treffe. Nee. Gibt es keine Karte hier? Ja, ich habe, Alter, ich habe ihn erwischt. Irgendwie bin ich das von aus dem Evil 5 so ein bisschen. Woll nicht rum, gibt keine Karte. Wir sind Survivalisten. Okay, alles klar. Brauchen keine Karte. Warum hast du dann nicht auf No Chance gemacht, in der Schwierigkeit gerade? Hast du nur nicht gesehen, das ist normal, ist ein Anzeigefehler. Naja, ist klar. Hat das Spiel schon immer, habe ich schon damals gemerkt. Ah, okay. Oh Gott, na, nicht so ein Schrei-Bolzen. Naja, hier weiter. Bin gleich da. Na, jetzt lauft doch nicht weg. Nein. Dann habe ich ja zum Glück mal getötet. Oh, scheiße. Oh. Da ist noch einer, na toll. Was denn? Wir waren zwei so eine Schreier. Warte, bin ich jetzt bei dir hier unten? Nö, doch. Doch, da ist noch was. Wenn sie aber auch anders machen können, dass sie sich nicht so schnell treffen. Du meinst, dass du hier so was wie das Labyrinth in Resident Evil 4? Ja, genau. Ja. Das Labyrinth war schon irgendwie cool. Also was, wenn du den vierten Teil, wenn du das Remake im Korb spielen könntest, das wäre schon geil. Das wäre halt ultra geil. Also macht aber erst natürlich auch einen bestimmten Punkt Sinn. Du meinst, wenn du die Präsenz dort hat und Chris befreist? Wenn du es schon befreit hast. Sehe sie, schnell. Hier ist was. Präsenz dort, ey, der Vater war ein richtiger Genius. Ja, ne? Die drüben ist auch noch was. Also ich bin der Präsident, das ist meine Tochter, wir nennen sie einfach Präsidententochter. Ja, ne? So. Jetzt wird geheiratet. Aber sowas weiß, dass jemand da ist. Aufmachen! Sind sie irre? Die Dinger bringen uns um. Wir sind es doch nur. Schnell lassen Sie uns rein. Let's just us. Mit ein bisschen company. Okay, okay. Wir erledigen sie zuerst. Okay. Überdeckung. Na gut, dann doch nicht. Wie kann ich das nochmal ablegen, die Scheiße so? Hallo, ich will nachladen. Braucht ihr nichts in den Jahren oder so? Oh, von der Seite auch welche. Ich jetzt auch. Wow. Ich bin voll von hinten erwischt, die Sau. Lull. Lifesaver, ich rieb mir dann noch. Danke. Oh, Mann, ey. Ich bin jetzt schon alle auf den Keks. Oh nein, nicht eher. Das war so ein Schreier. Äh, nee, so ein Panzerviecher oder was ist es? Och nee, Alter. Huh. Was ist der Trock? Hä? Oh Gott, 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 Gott. Oh Gott. Der hat weh. Ich hab keine Heal mehr, ne? Scheiße. Eieieiei, ich bin down. Fuck, ich hab nichts mehr zu meinen. Ich auch nicht. Ach, komm. Hier. Da wird dir auch noch eine Zeit angezeigt. Ja, so viel Zeit hast du noch. Na, bist du getötet. Your partner is dead. Hattest du bei mir auch die Anzeige? Oder war eher du bist dort? Sehe sie, schnell. Ich werde dir schon mal vorbereiten, ne? So, einmal, ähm... Wo war denn das? Genau das sei. So. War hier noch irgendwo... Na, da war mir drüben. War nur... Punkt. Hier ist noch eine Brandgranate. Jetzt habe ich drei Brandgranaten. So, dann lass mal los. Also ich hab Brandgranaten. Lass mich erst mal eine Brandgranaten schmeißen. Bitte. Wir sind es doch nur. Schnell, lass sie uns rein. Okay, okay. Wir erledigen Sie, der ist. Nö, nö, keiner hier. So, jetzt... Warte. Ach, kriegen wir gesellschaft. Oh, hi. Loll. Direkt one-hit? Okay. Äh, wenn du wahrscheinlich einen kritischen hast, dann? Ja, ich hab auch kritisch gelevelt. Hast du schon einen Vorteil? Ich hab mich noch gar nicht gelevelt. Jetzt hab ich eben gerade seinen Kopf geblieben. Wenn ihr hier in die Nähe kommt, ich lasse euch alle explodieren. Hey, oh, danke. Ich hab jetzt mal ein bisschen Leben abgezogen, aber... Oh Gott. Oh, und jetzt auf einmal. Ach, Junge, du brennst doch schon. Komm schon. Ja, weg mit dir. Alles einsammeln. Hä, der ist vor mir eigentlich gelandet. Weißt du, warum ich dieser Fackelträger jetzt ultra erinnere? Nee. An die Olympiade. Dachs. Dachs. Nee, nee, Dachs. Die Fackelträger im Anfangsgebiet. Ja, Junge, mach doch früher einfach die Tür auf. Ich sammle erst mal noch ein bisschen ein. Ja. Dann hab rein. Rein. Ich hoffe, Ihre Information ist das. Hallo, einsammeln. Aber ja, darauf wette ich mein Leben. Geht doch. Meine Güte.